Was gibt meine Freunde? Die nächste Map ist Oasis bei Golf with your friends. Ja man, wieder mit den übermächtigen Golf-Spieler-Alkonsband, wie man mich auch immer nennen möchte. Okay, hier habe ich eigentlich gar keine Erinnerung mehr daran. So vielleicht? Nee, da ist auf jeden Fall Kraft, glaube ich so, dein größter Feind. Sicher? Hallo, kann er mal aufhören zu rollen? Dankeschön. Wehe. Ja, geil. Bui. Komm, komm. Fuck you. Hä, wer schafft denn das in zwei Schlägen, Alter? Alkan. So, ich mache meine Taktik immer rückwärts mit voller Kader. Ich glaube, die war easy. Nein! Als ob ich hier kein Hole in One geschafft habe. Hole in One, Hole in One, Hole in One! Yeah, Pa. Guck mal, wo ich stehe. Hä, hä, hä. Ist doch gut. Hole in One hätte ich fein, ne? Aber nö, das geht in die Ecke. Ich mache meine Taktik wie immer halt. Mit voller Kader rückwärts schießen. Funktioniert irgendwie echt. Also hier wird's funktionieren. Nö. Aber fast. Oh, scheiße. Das ist ein paar ist lecker. Double Boogie. Fuck you. Aber hier sehe ich ein Total nur von 59. Ja, fast. Alter, das wäre nice gewesen. Alter, das ist schwer. Das ist schwer. Oh, ne, Mann. Das ist so scheiße. Entweder man kriegt das Gleiche oder... Ah, nett. Verkackt. Ja, das ist... Das ist... Das ist ein sinnloser Map, ey. Nee, nee. Als ob. Bist du schon drin? Nee, ne? Nein, als ob. Das war schon wieder so knapp. Ja, das ist... Das ist eine Map, wo wir beide verkacken. Oh, ich hab... Doppel Borgi. Ja, das... Okay, das soll man in vier Schlägen schaffen. Ich hätte jetzt fast einen Holen One geschafft. Sah sah gut aus. Wo ist denn da das Ziel hier? Warte. Ja, du musst mit der Rampe da hoch. Äh, also rückwärts erstmal volle Kanne schießen. Doch nicht. Ey, doch, warte mal. Das funktioniert echt, wenn ich es ein wenig anders mache. Ja, als ob. Nee, das funktioniert nicht. Klar, das funktioniert. Du musst es nur in den richtigen Winkel. Fuck you. Oh, Mann. Äah, ahem. So, ich bin jetzt... So, endlich. Ey, man braucht einfach so viele Schläge für diese Map, ey. Äh... Ey, wo sollt ich da hin? Da, 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 rechts ist doch sowas. Wo ist rechts was? Da warst du. Warte mal. Soll ich hier hinschießen? Schieß einfach erstmal hier hin und dann musst du da drüber schießen. Oh, das kann ja was werden. Haha, viel Spaß. Junge, ich, ich mach einfach volle Power. Ja, hab ich auch gemacht. Aber bei dieser Map brauchst du trotzdem voll viele Schläge, ne? Yep. Ja! Hahaha! Wow, ne? Ey, Fliege, ach! Ja, ich hab auch acht. Also bis jetzt sieht das jetzt nicht so aus, als ob du jetzt hier fertig gemacht wirst. Hä, warte mal, wo muss man da? Oh, das war fast sogar gut. Das war fast gut. Nochmal. Locker schaff ich's nicht mehr. Nein! Oh, Birdie! Birdie! Lauf cool machen, scheiße. Als ob du das in 0-1 machst. Was erwartest denn du? Man! Fuck you! Ja, willst du dich zur anderen Map teleportieren? Haha, ja, schon eigentlich. Warte, ich hab ne Idee. Also ich seh schon, das ist auch deine Map, oder? Ich hab ne Idee. Scheiße. Junge! Du musst doch gehen! Sowas, ey! Endlich! Alter! Das wär sogar tricky gewesen. Wo ist denn das Ziel? Da unten. Da gehst du jetzt mal so wie einen schönen Tunnel rein, oder? Dann bist du drin. Zehn Schläge, Alter! Glaub mir, ich gewinn noch. Ich mach jetzt mal whole and one. Ja, warte mal. Ah, das war schwierig, genau. Man muss nach links schm- Danke für die Info. Ja, das wusste ich auch nicht. Hey, wie? Hey, was machst du? Du musst gegen den linken Pfosten schlagen. Ja, dann knall ich weg. Ja, du musst so richtig den richtigen Winkel treffen, damit du da links auf die Bahn kommst. Oh, oh, oh! Dein Ernst? Na. Ich war kurz vor whole and one, ne? Fuck you. Echt? Ja. Mann, ist das scheiße, jetzt mal ohne Witz, ey. Ohne joke geht das war fast noch whole and one, aber ne, das bleibt dann einfach stehen. Ah, warte mal. Nein, fuck, falscher Winkel. Ey, das kann mein Match werden. Bitte kein whole and one, bitte kein whole and one. Wißt du, was für whole and one? Guck mal, ich hab acht Schläge schon, wie soll das whole and one? Ach so. Ja, ich meine, auf ein Try alles schaffen. Sozusagen. Auf ein Schlag. Oh, wenn das reingegangen... Als ob. Fuck you. Bei mir sah das auch so gut aus. Ja, okay, vier Schläge ist in Ordnung. Ich ruhe noch auf. Das ist ein Bogi. Wie sieht's hier aus? Ah, genau, richtiger Winkeltreffen. Komm, wie du auch immer wartest, damit ich so für dich vormache. Ja, schon eigentlich. Ohne Mist, ey, wir hatten diese Gammel-Map hier. Ja, ich schieße jetzt auch mal. That's four. Nein! Der ist eine Mama. Ja! Aber jetzt wird es schon wieder hier knapp, Alter. Jetzt wird es sogar knapp. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, hier gab es mehrere Ziele, genau. Wo bist du überhaupt? Ich sehe nicht mal dein Name. Hey, ich check nicht. Ah, keine Ahnung. Ah, genau. Ich will da hin. Es gibt mehrere Ziele, ne? Nein! Okay, wenigstens bin ich in der Nähe des Ziels. Ein Double Boggy, ey. Ich glaube, da gab es sogar... Ich glaube, da gab es zwei Löcher. Ey! Nee! Nee, da gab es nur eins. Da gab es nur eins. Okay, das sieht so aus, als würde man einfach nur den... Da ist Wasser. Fuck you! Genau, du kannst springen, wenn du den Left-Klick drückst. Ach so! Oh, toll. Da brauchst du gar nichts zu machen. Okay, was macht das jetzt? Fährt das uns wohin? Ja. Hey, als ob! Das hat er übelst was gebracht. Aber du hast trotzdem vier Schläge gebraucht. Ja, ich weiß, weil ich einmal verkackt habe beim Schießen, beim Anfang. Okay. Okay. Okay, stimmt. Die Map war auch was Besonderes. Oh, okay. Ich sehe schon. Okay, das war nicht gut. Gar nicht. Oh, mein Gott, ey. Aber ich glaube, das habe ich beim ersten Mal sogar eigentlich relativ... Ja! Nein, nein, nein! Bist du runtergeflogen? Ja. Hahaha, ich bin drüber. Ja, und jetzt fliege ich zu tief. Also, ich bin schon im Loch drin. Ja, mach ich es jetzt cool. Ich will es cool machen. Man, das ging doch glatt noch. Kann doch nicht sein. Ey, ist das Ding... Ne, das mache ich nicht so lange, bis ich es schaffe. Fuck you, ich habe auch was hingedrückt. Das wäre schon klar, wenn du den zwölften Schlag... Okay, fuck. Haha! Au. Wenn du den zwölften Schlag erreicht hast, kriegst du auf einmal 14 Schläge dazu, statt 12. Mir doch egal. So, ey. Ich will es cool schaffen. Alter, das kann doch nicht sein. Kling doch gerade noch. Wieso geht es jetzt nicht mehr? Wann mal. So? Ne. Das bringt halt nichts. 14 Schläge. Oh, ne. Das war richtig gammlig. Ne richtige Gammel-Map. Ja, sehe ich schon. Nein. Was soll denn der Scheiß? Nein! Das ist irgendwie verpackt. Hä? Gut, 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 so. Hast du diese Mock? Hahaha. Fuck you. Wie bist du hierher gekommen? Darf ich dir nicht. Ich sehe das. Das ist ein Gehirn. So. Genau, du... Aha. Siehst du schon, ne? Das Loch. Wo? Ich sehe nichts. Hier, dieser Pharao mit seinem hässlichen Mund. Okay. Okay. Fuck you. Na, was werden? Jawohl. Okay. Okay. Was wollte der? Scheiß jetzt. Fuck. Das ist das kleine Loch da rein. Hä? Hä? Ich glaube, es geht auch noch weiter mit den Löchern. Die sind dann hier innen drin. Genau, die Nächsten sind hier drin. Das sieht richtig geil aus, finde ich. Hä? Sieht richtig schön aus. Ohne Mist, man muss einfach nur sagen, die Maps sind auch gut gestaltet worden, oder? Ja, ich hab sie. Guck mal, ich hab elf Schläger einfach nur. Und das Spiel kostet nur sechs Euro, Freunde, also ein bisschen Product placement ist immer Also ich hab's ja free bekommen. Echt, das ist ein Angebot? Nee. Sechs Euro kostet das. Ein Angebot wahrscheinlich drei Euro, oder so. Und ist grad, wie gesagt, im Early Access, also es wird da bestimmt noch dran gearbeitet. Hä? Für was gibt's dann diese Rampe hier gerade? He? Lecker! Ein paar! Ich will's wieder cool machen. Ich will's wieder cool machen. Was versuchst du denn? He? Als ob das so geht. He? Warte mal, vielleicht so, aber... Ne, okay. He? Ne, 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 ne. Ich mach das jetzt so lange, bis ich schaff. Cool. Okay, das glaub ich, das funktioniert an sich nicht. Dann lassen wir's halt. Hätte ich mir auch gar nicht vorstellen. Da roll nochmal zurück genau. Hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, was wild, wie willst du denn das da machen? Deine Mama? Ja, ich erreiche noch die 100. Ja, ich hab auch... Ich hab auch 80. Äh... Okay, warte mal, wo muss man da denn hin? Ja, als ob! Was, ob ich aus dem Map rausflieg? Hä? Hä? Ja, warte, hier. Genau. Aus dem Map rausflieg. Sehen ihr die ernst? Jetzt will ich mal sehen, vier Schläge braucht's... Vier Schläge sollte man für die Map brauchen, genau. Was, hab den Dachschaden? Wie soll man das denn vier Schlägen schaffen? Und überhaupt im Ziel? Nö, nicht nur ansatzweise. Hä, als ob da ne Lücke ist, fuck you. Einfach vollgaschung. Also, du bräuchte so ungefähr sieben, sechs Schläge. Ja, sicherlich. Und ich weiß nicht, wie man das besser machen sollte. Ja, genau. Ja, wenn man's so macht, okay. Wir kommen jetzt. Ja, da ist ja��ah. Und jetzt Playett. W scrutiny. Fuckf insert. Äh... Oh, sieht sehr gut aus. Oh, da sagt er Nikolaus, geh mit Nicole aus. Also die Oasis ist schon wieder so ein Ort, wo wir halt beide keinen Skill haben. Okay, wo lang? Ich glaube, hier gibt es auch wieder mehrere Löcher. Äh? 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 Okay. Ah, doch, jetzt check ich es. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Äh, wo bin ich? Äh, ich kann hier weiter schießen. Cool. Ich bin out of map oder so. Oder ist das gewollt? Ich glaube nicht, dass man out of map sein soll. Warte mal. Warte mal. Wenn du da weiter schießen kannst, dann ist es doch gewollt. Warte, jetzt fliege ich runter. Kann ich weiter schießen? Nö. Okay, das ist gewollt. Hä? Was soll ich machen? Und die von mir? Hä? Hä, wo bist du da? Warte mal, ich muss mal gucken. Muss ich hier irgendwo... Ja, da siehst du doch das Ziel. Ja, jetzt sehe ich es. Das hat man davor nicht gesehen. Hey, bist du schon im Ziel, oder was? Ja, ich bin schon drin. War es bei dir auch so? Nö. Ich bin über das Holzding da hingekommen. Bei mir war es ja richtig weird. Aber ich habe noch... Ich habe nicht die 100 geschafft. Ha! Ich habe die 100 nicht erreicht. Jawoll. Warte, ich kann... Jetzt kannst du mich nicht mehr scheiße nennen. You are bad. 99 ist ja schlecht. Ab 100 wird es erst gut. So, Twilight ist ja das nächste. Dann kommt Hounted. Und Candyland. Also auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass Twilight richtig geil ist. Und an sich, die nächsten Maps werden auf jeden Fall richtig Weltklasse. Vor allem von der Grafik her auch. Und die Atmosphäre ist auch Weltklasse. Aber tschüss. Wir gehen sozusagen auf jeden Fall hoch. Genießen wir.